Wir hatten gesehen, dass die Vervielfältigung zu den wichtigsten Verwertungsrechten im Urheberrecht gehört und die verorten wir in unserem Prüfungsschema hier beim Eingriff. Wir prüfen jetzt also den Eingriff in das Urheberrecht und hier ist mir wirklich von allerhöchster Bedeutung, dass ihr in der Klausur die Vervielfältigung bzw. die Bearbeitung, also diese beiden Sachen, die prüft ihr immer als erstes in der Klausur. Immer. Und der Grund dafür, den werde ich später im Video erläutern. So, zunächst einmal zur Definition der Vervielfältigung. Die Vervielfältigung ist die körperliche Fixierung eines Werkes, die geeignet ist, das Werk den menschlichen Sinn unmittelbar oder mittelbar wahrnehmbar zu machen. So oder so ähnlich sollte eure Definition lauten. Hauptsache, ihr habt körperliche Fixierung und irgendwie den menschlichen Sinn wahrnehmbar machen in eurer Definition. Okay, schauen wir uns ein kleines Beispiel an. Lehrerin L. speichert das urheberrechtlich geschützte Werk auf ihrem PC, um dieses auszudrucken. Nachdem sie es ausgedruckt hat, verwendet sie es im Unterricht mithilfe eines Lichtprojektors. So, hier haben wir natürlich einmal auf dem PC etwas Speichern. Das ist dann auf der Festplatte oder, ja, auf der Festplatte. Und das ist eine körperliche Fixierung, nämlich auf dieser Festplatte drauf. Und das macht das Werk mittelbar, nämlich über den Umweg, dass man die Festplatte an einen PC oder Laptop oder halt irgendwas Kompatibles stecken muss, dann den menschlichen Sinn wahrnehmbar. Und deswegen ist das auf dem PC-Speichern eine Vervielfältigung. Dann das Ausdrucken ist natürlich auch eine Vervielfältigung. Also, immer wenn man irgendwie etwas, wenn man das Werk in etwas reinsteckt, so, ja, so kann man das vielleicht beschreiben, dann liegt grundsätzlich auch immer eine Vervielfältigung vor. Also, auch zum Beispiel, wenn ich das Radiolied auf meinem Handy aufnehme, dann, also mit dieser Mikrofonfunktion, dann stecke ich das Lied sozusagen auf mein Handy drauf. Auch das ist eine Vervielfältigung. So, und hier haben wir das Ausdrucken. Hier hat sie das ausgedruckt. Sie hat das Werk auf ein Papier, ja, fixiert, körperlich fixiert. Und das ist den menschlichen Sinn unmittelbar wahrnehmbar, nämlich mit den Augen. Genau. So, und dann der Lichtprojektor, der ist natürlich keine Vervielfältigung, weil, ja, der Lichtprojektor, das ist ja nur, das sind ja nur Photonen, die halt an die Wand geworfen werden. Also, diese Projektion ist keine Vervielfältigung. Wenn das in dem Lichtprojektor noch irgendwie zwischengespeichert wird, keine Ahnung, ich kenne mich damit jetzt nicht aus, dann wäre das, dann wäre dieses Zwischenspeichern im Speicher des Lichtprojektors, das wäre eine Vervielfältigung, aber das an die Wand werfen oder an die Wand projizieren, das ist keine Vervielfältigung, da es an einer körperlichen Fixierung mangelt. So, zweites Beispiel. Zuschauer Z spielt das YouTube-Video von der Jurastudent auf seinem Handy ab. In diesen Fällen, da möchte ich euch einfach nur darauf sensibilisieren, dass dieses Abspielen von Videos oder, ja, was auch immer, von Musik, das läuft wie folgt ab, das wird auf dem Arbeitsspeicher, also auf dem RAM, wird das zwischengespeichert. Und deswegen liegt in diesen Fällen auch eine Vervielfältigung vor. Also, da wird das auch körperlich fixiert im Cache, C-A-C-H-E, und, genau, und das ist auch eine körperliche Fixierung, die dann mittelbar den menschlichen Sinn wahrnehmbar gemacht wird und deswegen eine Vervielfältigung. Jetzt müsst ihr natürlich wissen, das ist nur diese erste Stufe, das ist nur die Eingriffsstufe. Natürlich ist die, das Abspielen von diesen YouTube-Videos, das ist natürlich erlaubt, weil, ja, es kommen ganz viele Sachen in Betracht. Zum Beispiel, wenn man ein Netflix-Video abspielt, dann kommt die Rechtfertigung über die Schranke nach § 44a Urhebergesetz in Betracht, weil das eben nur eine flüchtige, eine ganz flüchtige Zwischenspeicherung ist und dann ist das von dem § 44a gedeckt. Okay, jetzt kommen wir zu der wichtigsten Übersicht, wahrscheinlich Top 3 der wichtigsten Übersichten im Urheberrecht und hier müssen wir erstmal oben anfangen. Wir haben die Nutzung eines Werkes. Die kann jetzt in identischer Form erfolgen. Da sind wir jetzt, nämlich mit der Vervielfältigung. Da wird das Werk von Eminem 1 zu 1 auf dem Handy gespeichert. Oder das Gedicht von Goethe wird 1 zu 1 ausgedruckt und so weiter. Also das wird in identischer Form übernommen. In diesen Fällen sind die Verwertungshandlungen unmittelbar, ich habe es jetzt mal unmittelbar gesagt, genannt, unmittelbar anwendbar. Also da müsst ihr einfach nur § 16 prüfen oder § 19a oder was auch immer. Natürlich auch die Urheberpersönlichkeitsrechte, die muss man immer im Kopf behalten. Ich möchte mich jetzt hier eher auf diese Verwertungshandlungen fokussieren. So, und die prüfen wir also hier unmittelbar bei dieser Übernahme in identischer Form. Wenn das Werk aber in veränderter Form genutzt wird, dann müssen wir in einem zweiten Schritt schauen, ist das eine Bearbeitung oder eine freie Benutzung? Und wenn das eine Bearbeitung ist, das schauen wir uns alles im nächsten Video an, dann müsst ihr nicht einfach § 16 zitieren, sondern ihr müsst § 23,17 beispielsweise. oder § 23,12 zitieren. Das ist mir ganz wichtig, das ist diese Unterscheidung. Also bei identischer Form einfach nur unmittelbar § 16, § 17, § 18a, was auch immer zitieren. Bei der Bearbeitung, bei der veränderten Form, da müsst ihr § 23,12 oder was auch immer, § 23,19a müsst ihr dort zitieren, weil, und hier greife ich schon mal ein bisschen vorweg auf das nächste Video, weil die bloße Herstellung der Bearbeitung grundsätzlich nicht urheberrechtlich relevant ist. Sondern wir brauchen immer neben der Bearbeitung noch eine Veröffentlichung beispielsweise oder eine öffentliche Wiedergabe, also eine Verwertungshandlung. Das ist mir ganz wichtig. So, dazu aber auch nochmal im nächsten Video mehr. Wenn wir jetzt hier sind, bei den Werkteilen, also das Werk von, nehmen wir einfach mal das Lied von Eminem, das wird nicht komplett gespeichert, sondern es wird nur die erste Strophe gespeichert. In diesen Fällen müsst ihr zunächst einmal euch fragen, ist denn dieser Teil, der jetzt hier gespeichert wurde auf dem Handy, ist der selbst ein Werk im Sinne des 2 Absatz 2 Urhebergesetzes? Also ist das, ist dieser Werkteil schon eine persönliche geistige Schöpfung? Schauen wir uns gleich an, anhand eines Beispiels. So, erstmal die identische Übernahme, hier ein Beispiel, ein Niederländisches Model lässt sich für die kommende Playboy-Ausgabe fotografieren. Schon vor der Veröffentlichung sind die Fotos ohne Zustimmung des Fotografens auf einem australischen Sharehoster abrufbar. Allerdings konnte man die Fotos nur abrufen, wenn man die genaue URL kannte. GS Media, gegen die sich jetzt hier die Ansprüche richten, bringt diese URL in Erfahrung und setzt einen Link auf diese Webseite, also auf diese Webseite mit diesen Playboy-Fotos, in dem eigenen Online-Nachrichtenportal. So der Fall vor dem EuGH und hier der Ausgangspunkt ist, wir haben hier die Übernahme in identischer Form, weil das Werk wird ja jetzt hier, die Playboy-Fotos werden nicht irgendwie bearbeitet oder so, die werden einfach nur 1 zu 1 wiedergegeben mit dem Link. Also wir haben die 1 zu 1 Wiedergabe der Fotos und deswegen müssen wir uns hier bei den Eingriffshandlungen nur nach dem § 16 isoliert und dem § 19a isoliert fragen. Also wir müssen nicht irgendwie was mit 23 zitieren. So, § 16, es liegt hier aber keine Vervierfältigung vor, weil hier fehlt es ja an einer körperlichen Fixierung, weil GS Media, die hat ja nur einen Link gesetzt. Und wenn man nur einen Link setzt, dann ist das natürlich keine körperliche Fixierung. Diese Playboy-Fotos, die sind ja auf dem australischen Server. Die sind ja auf diesem Share-Hoster in Australien, also auf diesem Server, da sind die gespeichert worden. Und dieser australische Share-Hoster, der hat natürlich eine Vervierfältigung vorgenommen. Aber dieser Link auf diese Webseite, wo dann, wo der australische Share-Hoster dann diese Fotos gespeichert hat auf seinem Server, das ist natürlich keine körperliche Fixierung. Somit scheidet hier eine Vervierfältigung aus. Wir kommen zur öffentlichen Wiedergabe. Die möchte ich hier nicht weiter erwähnen, sondern ich möchte, also nicht weiter prüfen, sondern ich möchte euch einfach nur zeigen, dass man hier den § 19a isoliert prüft. Okay. Dann kommen wir jetzt zu diesem zweiten Teil, nämlich der Nutzung von Werkteilen. Und auch hier wieder, man prüft unmittelbar diese Verwertungshandlung. Aber in einem ersten Schritt müssen wir uns fragen, ist dieser Teil des Werkes, der hier übernommen wurde, oder der hier genutzt wurde, ist der selbst ein Werk? Ein Beispiel, das Lied We Will Rock You von Queen ist urheberrechtlich geschützt. Eminem verwendet in seinem Lied Till I Collapse denselben Rhythmus. Dumm, dumm, da, dumm, dumm, da. Also das ist dieser bekannte Rhythmus und der wird wirklich 1 zu 1 von Eminem verwendet. Jetzt müsst ihr euch fragen, ist denn dieser Teil, nämlich dieser Rhythmus, ist dieser urheberrechtlich geschützt? Und hier würde, also ganz klar, nur der Rhythmus dumm, dumm, da. Das ist ja wirklich sehr einfach und eine sehr bekannte Folge. Deswegen Individualität Minus. Man muss viel mehr, und das sind die ganz komplizierten Thematiken, wenn man sich die Töne und den Rhythmus anschaut, also wenn diese übernommen werden. Das sind ja diese Sampling-Fälle. Da gibt's ja das Metall auf Metall, das ist schon, ja, vor dem BGH 2-3 Mal gewesen, vor dem EuGH ist es jetzt, glaube ich, ein zweites Mal oder ein dritten, ja, keine Ahnung. Also, das ist ja schon richtig langer Rechtsstreit mit diesem Sampling und da ging es um den Fall, dass sowohl die Töne als auch der Rhythmus übernommen wurden. Also, das ist natürlich mehr. Hier haben wir jetzt nur den Rhythmus geprüft und dieser Rhythmus, dumm, dumm, da, ohne auf diese, auf die Melodie oder auf die Töne zu schauen, der ist natürlich, ja, das ist viel zu einfach. Da fehlt es an einem, fehlt es an der Individualität und Eminem hat nämlich in diesem Till I Collapse, da hat er andere Töne verwendet. Also, wenn ihr euch das eins zu eins anhört, dann hat Queen, das dumm, dumm, da von Queen hört sich anders an als das dumm, dumm, da von Till I Collapse von Eminem und deswegen müsste man dann in diesem Fall, wenn man die Töne und den Rhythmus prüft, müsste man dann den 23, also die Bearbeitung, thematisieren. Okay, aber hier war in der Aufgabenstellung war nur nach dem Rhythmus gefragt und deswegen haben wir hier nur den Rhythmus geprüft und dieser reicht nicht aus, um die Individualität zu begründen. Es gab ja, oder, ja, es gab ja auch diesen Fall mit Ed Sheeran, wo, ja, so eine ganz bekannte Akkordfolge immer verwendet wurde und, ja, das war ja auch vor den amerikanischen Gerichten und auch da ging es dann um die Übernahme von Werkteilen. Also, da wurde zwar dieser Werkteil übernommen, aber reichte das aus und das Gericht hat gesagt, nein, diese, oder die Argumentation von Ed Sheeran war, hallo, das benutzt wirklich jeder diese, keine, ich weiß jetzt nicht, A, C, E, Melodie-Reihenfolge, das ist wirklich in 5 Millionen Liedern schon verwendet worden, das ist gemeinfrei, das ist nicht urheberrechtlich geschützt und deswegen ist das kein Werk und deswegen, wenn ich Ed Sheeran das übernehme, liegt keine Urheberrechtsverletzung vor. So, mir ist jetzt im Nachhinein noch ein tolles Beispiel für die Nutzung von Werkteilen eingefallen. Nehmen wir an, das Buch Faust von Goethe ist urheberrechtlich geschützt. In Wahrheit ist natürlich das Urheberrecht schon lange abgelaufen, aber nehmen wir mal an, das ist jetzt geschützt und wenn ich jetzt ein Buch schreibe und ich übernehme die Passage Gretchen, wie stehst du denn zur Religion, die übernehme ich eins zu eins von dem Goethe-Buch und übertrage die in mein Buch. Also, da gibt es auch eine Person, die heißt Gretchen und ja, die Frage passt auch gerade in mein Buch rein. Wenn wir uns diese Frage isoliert anschauen, Gretchen, wie stehst du denn zur Religion, da würde ich sagen, ja, das ist nur ein Satz und ja, also Individualität würde ich da verneinen und dieser eine Satz, der genießt daher noch keinen urheberrechtlichen Schutz. Wenn wir aber natürlich, wenn ich jetzt in meinem neuen Buch das ganze Kapitel, Kapitel, keine Ahnung, 8 von Goethes Faust übernehme, ja, das ganze Kapitel, das ist natürlich urheberrechtlich geschützt, also die Ausdrucksweise von Goethe, die ist urheberrechtlich geschützt und wenn ich die dann übernehmen würde, dann wäre dieser, dieses Kapitel 8, nur dieses Kapitel 8, das ist auch schon ein Werk im Sinne des Paragraphen 2 Absatz 2 Urhebergesetz, dann ist das eine Vervielfältigung und dann ist das eine Urheberrechtsverletzung. Okay. Perfekt. Die Abgrenzung zur Bearbeitung schauen wir uns im nächsten Video an. Das ist wirklich ganz wichtig, also dieses Video und das nächste sind mit der öffentlichen Wiedergabe die wichtigsten Videos in dieser Videoreihe. Hier seht ihr dann die Kontrollfragen und ich verlinke hier schon mal auf das nächste Video, nämlich auf die Bearbeitung, die ihr euch auch im Zusammenhang mit diesem Video anschauen solltet. Ihr könnt den Kanal gerne abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!